Yo, Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pitch Black. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist das die letzte Folge des Let's Plays Pokémon Pitch Black. Und ihr seht gerade ein Video, also den letzten Part, einen Teil des letzten Parts. Und das Video ist auch sehr kurz. Und das liegt daran, dass ich euch leider mitteilen muss, dass Pokémon Pitch Black an der Stelle beendet wird. Also ich sag mal abgeschlossen wird, weil der Heckersteller einen Haufen Mist gebaut hat. Hier in diesem Hack. Wir haben das im letzten Part schon ansatzweise gesehen. Wir waren nicht in der Lage, Plinfa zu fangen. Das heißt, wir sind auch nicht in der Lage, ein Perfect Game zu machen. Also wir sind nicht in der Lage, alle Pokémon zu fangen, leider. Und es regt mich auch persönlich auf. Der Heckersteller hat ein Dokument mitgeliefert, in welchem steht, wo welches Pokémon auftaucht. Die Sache ist jetzt halt folgende. Okay, dieses Dokument ist fehlerhaft und Plinfa taucht nicht da auf, wo es auftauchen sollte. Ich bin also nicht in der Lage, Plinfa zu fangen und ich denke, dass Plinfa kein Einzelfall ist. Ich hab mich da mal so ein bisschen erkundigt und es gibt einige Pokémon, die man nicht fangen kann. So, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich alle fange, die es halt zu fangen gibt. Oder ob ich mir die Zeit spare und sage, ich beende hier das Projekt und fange vielleicht mal alle Pokémon bei X und Y und zeige die euch dann in dem Video, so wie ich eine Capture-Karte habe. So als Wiedergutmachung. Ähm, es ist wirklich nicht meine Schuld. Der Heckersteller hat Mist gebaut. Ich war daran, ein Perfect Game zu machen. Ich hab daran auch weitergearbeitet. Ich hab auch weitergezüchtet, was natürlich jetzt umsonst war. Und, wie gesagt, ich denke, die Arbeit ist es nicht wert. Ihr könnt von mir neue Pokémon-Projekte sehen. Das heißt nicht, dass jetzt nie wieder Pokémon kommt. Es kommt noch ein Haufen Pokémon. Im Moment läuft meine Naslog-Challenge, die wahrscheinlich viel, viel interessanter ist, als einfach nur ein Video, wo ich Pokémon fange. Ja, und wie gesagt, es tut mir schrecklich leid, dass wir das Projekt an der Stelle beenden müssen. Es ist aber nicht abgebrochen. Ich nenne das hier die letzte Folge, weil ich nicht mag, ein Projekt abzubrechen. Ich werde stattdessen Folgendes machen. Ich werde das Wort Perfect Game aus jedem Video nehmen. Also aus jedem Pokémon-Pitchback-Video. Ich werde das Wort Perfect Game aus der Playlist nehmen. Und ich werde die Perfect Game-Ziele als unvollendet aus der Videobeschreibung nehmen. Das bedeutet, ich werde alle so editieren, dass es kein Perfect Game mehr ist, weil ich zugebe, dass ich es nicht geschafft habe. Ich hab's nicht geschafft, weil nicht aus Nicht-Überzeugung, denn ich habe in Pokémon X und Y nahezu alle Pokémon. Sondern ich hab's nur nicht geschafft, weil der Hack-Ersteller wirklich Mist gebaut hat. Ich hab nicht damit gerechnet, dass so ein populärer Hack so endet. Deswegen ein ganz, ganz großes Sorry von mir an euch. Das war nicht meine Absicht. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Projekt bringen, wo ich entweder alle Pokémon fange oder euch alle Pokémon zeige, dass ich sie gefangen habe. Also zum Beispiel X und Y oder so. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Und die Namensliste, ich weiß, die ist jetzt ein bisschen umsonst. Die bleibt aber so, wie sie ist. Ich werde auch wieder ein Projekt bringen mit einer neuen Namensliste. Das ist mein Ehrenwort. In der Nuzlocke jetzt erstmal nicht, weil da fange ich ja nicht alle. Aber ich werde das machen. Ehrenwort. Ich mache das. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war's das hier mit Pokémon Pitchback. Die letzte Folge leider ein sehr unglückliches Ending. Aber ich würde sagen, wir haben so viele neue Pokémon-Spiele, die noch auf uns warten. So viele Sachen, die wir noch machen können. Challenges, irgendwelche lustigen Sachen oder auch einfach nur mal so vielleicht ein Speedrun oder so. Ihr könnt mir hier in die Kommentare von dem Video schreiben, was ihr gerne von Pokémon sehen würdet. Und ich gucke dann, ob ich das umsetzen kann. Dann würde ich sagen, nochmal ganz, ganz große Sorry von mir. Nicht meine Schuld, nicht meine Absicht. Ich bin Belias LP. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.